Podcast 200. Wie heißt der Podcast von Rezo und Julian Bam? Oh fuck, ich weiß es gerade nicht. Digga, ist das unangenehm. Ja, ja, ich weiß es auch gerade nicht. Seit dem Edeltalk auf Platz 1 ist, weiß man nicht mehr, wie alle Podcasts drunter heißen. Die sind so fünfmal größer als unsere einfach. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Eine Antwort, Hugo? Nein, ich habe keine Ahnung. Ihr habt dich letztens eingeladen, oder? Ja, ihr habt mich eingeladen. Mich auch und ich weiß es auch nicht. Digga, dann rühre ich den Buzzer wieder frei, Phoebe. Hobby los. Hobby los, oh mein Gott. Ich wurde auch eingeladen. Digga, ich dachte so planlos, war es planlos. Seid ihr nicht traumatisiert von diesen ganzen Kommentaren mit nett hier? Oh ja. Aber habt ihr schon Hobby los mit fünf Sternen? Ey, der Podcast von dem fängt immer so voll random an. Das ist immer so, man schaltet die Folge so an und man wird so gar nicht begrüßt. Sondern so Rezo fängt so an, dass er so für tausend... Hast du schon jemanden in den Arsch gef... Ja, no joke. So fangen die an so, yo, ich habe mir letztens für 1600 irgendwie eine Analdusche gekauft. Bro, und dann denkst du so, Digga, hä, habe ich irgendwie vorgespült? Es wurde gar nicht Hallo gesagt. Aber ich freute, ey. Vielen Dank.